Ich möchte dir meine 5 Überlebenstipps, um Gefahrensituationen im Jobcenter zu überstehen, mitgeben. Wenn du mit den Behörden zu tun hast und du bist nicht vorbereitet, wirst du alles verlieren, bis sogar dein Leben. Diese Menschen machen dich obdachlos, diese Menschen nehmen dir dein Geld weg, sodass du dir nichts zu essen kaufen kannst. Diese Menschen sind ganz stark daran, interessiert selber keine Fehler zu machen und werden jeden Fehler gegen dich verwenden. Sie schützen sich selber, ihre eigene Pension, ihr eigenes monatliches Einkommen, um selbst zu überleben. Aber sie sind nicht für dich da. Sie werden dir nicht helfen. Sie unterstützen sich nicht, sie machen nichts für dich fertig, sie erklären dir auch nicht deine wahren Rechte, die du hast. Deswegen brauchst du heute mein Video und sonst immer eine sehr gute Vorbereitung. Du wirst ausgenommen, heutzutage sagt man rasiert, das kannst du dir nicht vorstellen. Deswegen, schauen wir mal kurz, was ich notiert habe. Nicht reden ist die erste Regel. Sie haben aber gesagt, ich höre immer wieder am Telefon, sie haben aber gesagt, sie haben mir erzählt, am Telefon, im Gespräch. Nicht reden. Jedes Gespräch ist irrelevant. Immer alles schriftlich ist die Lösung. Selbst wenn man ein Gespräch führt, kann man ja sagen, und das ist der goldene Satz, geben sie mir das schriftlich. Wenn sie dir sagt, was zum Beispiel die angemessene KDU ist, das ist, wie viel würdest du für deine Miete bekommen, dann geben sie mir das schriftlich. Dann gibt sie dir das auch. Ich habe ganz oft erlebt, dass wir uns ins Gesicht gelogen worden sind und in dem Moment, wo ich sage, geben sie mir das schriftlich, auf einmal war es ganz anders. Du wirst belogen und du hast keine Beweise dafür. Deswegen, nichts besprechen. Alles schriftlich. Eine E-Mail ist viel mehr wert, als irgendwie ein Telefonat. Selbst wenn du angerufen wirst, dann hast du die Möglichkeit, nicht zu antworten. Du sagst, okay, musst du mal, du schreibst ihr die Frage auf, die sie haben, das beantwortest du später schriftlich. Wenn irgendwas festgelegt worden ist oder sie möchte irgendwas machen, dann hast du die Möglichkeit zu sagen, bitte geben sie mir das zusätzlich zu dem Telefonat von heute nochmal schriftlich. Schicken sie mir das. So wie besprochen. Dann guckst du dir das in Ruhe an und kannst dann darauf reagieren. Alles schriftlich. Super wichtig. Die Leute kommen immer, wenn es zu spät ist. Zaubern kann ich auch nicht. Am Telefon habe ich hier stehen. Keine Antworten geben. Erstmal die Frage notieren und diese mitnehmen sozusagen. Ja, du möchtest eine Nacht drüber schlafen, bevor du antwortest. Sie möchte deinen Lebenslauf wissen, weißt du jetzt nicht. Sie möchte wissen, wo du als letztes gearbeitet hast. Ja, ich sage ihnen, ich möchte besonders alles richtig machen und ich sage ihnen konkret, wie diese Firma heißt mit der Anschrift, das sage ich ihnen dann schriftlich. Ich schreibe mir das auf. Sie wollen die Adresse, den Namen. Du kannst den Namen sagen, wenn du möchtest. Aber auch wieder nicht zu weit Informationen preisgeben. Es wird alles gegen dich verwendet. Du wirst es sehen. Du antwortest erst nach einiger Bedenkzeit. Ja. Da kannst du dir mein anderes Video sonst anschauen. Wie geht man mit Telefongesprächen mit denen um? Was kann man da so machen? Persönliches Gespräch, Fragezeichen. Keine Antworten geben. Erstmal die Frage notieren und diese mitnehmen. Oder zusenden lassen. Du antwortest erst nach einiger Bedenkzeit. Da steht das Gleiche drin. Anscheinend habe ich das so geschrieben. Das soll so. Weder am Telefon noch persönlich. Das sind sehr schlechte Menschen, die da arbeiten, die dir nicht wirklich helfen. Der Jobcenter-Mensch ist dein Feind. Dein juristischer Gegner sozusagen. Das hört sich absurd an. Hey, da steht doch Sozialbehörde drauf. Ja, kann man durchstreichen, müsste man Asozialbehörde draufschreiben. Das ist so wie bei einer Trennung, bei einer Ehe. Der andere kann danach sagen, du hättest sie vergewaltigt. Du hättest die Kinder geschlagen. Du hast mit Alkohol-Exzessen die ganze Familie tyrannisiert. Das tut weh. Das kannst du erst mal nicht widerlegen. Und da wird sich ganz anders verhalten, als wenn man zusammen ist. Und genauso ähnlich darfst du dir das auch vorstellen. Deine Ehefrau oder dein Partner, allgemein möchte ich das ausdrücken, war früher vielleicht dein bester Freund. Und jetzt ist das dein juristischer Gegner. Und genauso sehe ich die Jobcenter-Menschen auch. Das sind juristische Gegner. Sie haben 15 Jahre lang gegen das Grundgesetz verstoßen. Gegen die Menschenwürde. Und das haben sie gerne und mit Freude gemacht. Und das hat sich gelohnt. So viele Leute haben sie obdachlos gemacht, genötigt, hungern lassen. Wow, muss ich ganz schön sagen, ist niemand auf die Straße gegangen. Echt gut gemacht. Also das muss man erst mal können. Mit solchen Menschen hast du es zu tun. Die juckt das nicht. Keiner wurde zur... Verantwortung gezogen. Keine Konsequenzen. Wenn du möchtest, dass man das mit dir auch macht, dann rede mit denen. Wenn nicht, schau dir weiter mein Video an. Genau. Oder zumindest dein juristischer Gegner. Vor allem nicht dein Freund. Die Gesetze, die Gesetze, Richtlinien und Weisungen werden vor allem eingehalten, damit der Sachbearbeiter vor Disziplinarverfahren geschützt ist und eine gesicherte und hohe Pension erhält. Vier Jahre im Amt sorgen zum Beispiel für 1400 Euro Pensionsansprüche ein Leben lang. Einmal Bürgermeister irgendwo sein, in irgendeinem kleinen Kaff, heißt schon ausgesorgt haben. Du verstehst nicht die Intention oder was der andere davon hat. Deswegen verstehst du auch die Gesamtsituation nicht. Aber ich kenne viele, die sagen, ach, ich interessiere mich gar nicht, Bürgermeister zu sein. Ein paar Freunde von mir. Aber ich stelle mich in diesem Kuhdorf auf, lasse mich wählen und dann mache ich mir danach eine gute, eine gemütliche Hängematte Nummer. So, ja, lege mich in die gemütliche Behördenmatte. Das sind die Menschen, mit denen du zu tun hast. Ich möchte, dass du das weißt. Ich möchte dir, ich teile hier mein Wissen mit dir. Der Jobcenter-Mensch ist nicht dein Freund. Du kannst ihn ja sonst gerne einladen, Weihnachtsessen oder sowas. Nein. Sondern der dich von seinem Recht auf Distanz hält. Er könnte dir alles geben. Er könnte auch die Formulare für dich mit ausführen, dich unterstützen, Verständnis für dich haben. Auch ein gutes, wertschätzendes Gespräch. Wie fühlst du dich da? Gehst du gerne in dieses Gebäude? Nein, das sollst du nicht. Es ist ein unglaublich großes Stigma entstanden, was dich davon fernhalten soll, in dieses Gebäude zu gehen. Jeder, frag mal deine Freunde, alle sagen, sie sind froh, da weg zu sein. Obdachlose sind froh, nichts mit der Behörde zu haben. Endlich haben sie mal ein bisschen Ruhe in ihrem Leben. Geisteskranke Menschen, Alkoholiker ist auch eine Krankheit. Menschen, die sehr schwach sind, finden in den Behörden keine Hilfe. Das ist nicht einfach so. Das ist gewollt, damit auch du schön weiter buckeln gehst und die Klappe hältst. Wir sagen, wir sind sozial. Ja, sind es aber nicht. Ein weiterer wichtiger Tipp ist, lernen. Überprüfe mal alles. Alleine, wenn du da jetzt reinkommst, ganz alleine, hast du keine Chance. Du wirst fertig gemacht, das kannst du dir nicht vorstellen. Du wirst jede Sache sozusagen durch einen Fehler lernen müssen. Jede Lüge wird einmal funktionieren bei dir. Deswegen brauchst du gute Foren. Gib ein Hartz-IV-Forum ein. Dann wirst du gute Foren finden. Da kannst du dich registrieren. Da kannst du Leute fragen. Du kannst zu Selbsthilfegruppen gehen. Bei uns heißt das in Oldenburg also. Das ist ein Gebäude. Da sind Arbeitslose, die sich gegenseitig beraten. Auch ich war da mal eine Zeit lang. Dann hast du von mir die richtig guten Tipps gekriegt. Es gibt Anwälte, die dich unterstützen. Wenn du arm bist, wird der vom Staat bezahlt. Es gibt meine Sprechstunde. Ich möchte mich als letztes nennen. Hauptsache du hilfst dir. Egal wie. Du kannst ein Foto davon machen, das an meine E-Mail-Adresse senden und ich sage dir, was da steht. Du verstehst es nicht. Du hast gerade angefangen, ein Spiel zu spielen, wo du die Regeln während der Spielrunden erlernst. Und du kannst dir sicher sein, dass du nicht gleich gewinnen wirst. Du wirst mehrmals verlieren. Bevor du etwas machst, musst du wissen, was die Spielregeln sind. Sofort immer Beratungsschein und PKH beantragen. Der Beratungsschein heißt, du kriegst so eine Art Gutschein für einen Anwalt. Der ist ungefähr so 80, 100 Euro wert. Und damit kannst du, das ist in meinem anderen Video, wie man das beantragt und wie man das kriegt, kannst du zu einem Anwalt hingehen, ihm den geben. Und dann nimmt er sich eine halbe Stunde gerne für dich Zeit und berät dich. Und der PKH ist, wenn du gegen etwas Widerspruch einleitest, dann ist das sowas auch wie so ein Gutschein. Dann kannst du damit wieder zu einem Anwalt gehen, der dich dann auch verteidigt und dir mehr hilft. Denn er kriegt dafür ungefähr ein Tausender. Kommt ein bisschen auf das Verfahren an, aber ungefähr so. Auch ich habe mal 9 Euro nicht vom Amt gekriegt, habe einen Anwalt sofort losgeschickt. Der hat 380 Euro als Rechnung gestellt und die 9 Euro von mir waren sofort da. Danach bin ich mit dem Anwalt sehr gut essen gegangen. Also du siehst, ich bin da ganz anders. Aber sieh dir mein anderes Video an. Ich habe nicht umsonst ein so gutes Leben, weil ich auf mich aufpasse, weil ich nicht unter die Räder komme, weil ich auch schon seit 15 Jahren mit den Behörden zu tun habe und sehr, sehr gut sie verstanden habe. Ja, alles weitere, damit ich hier nicht abschweife, erfährst du in meinen anderen Videos. Wühl dich da durch, du wirst was für dich finden. Mein YouTube-Kanal kann dir in deinem Leben massiv helfen. Ruhig immer wieder sprechen, einlegen und um Fristverlängerung bitten. Ganz wichtig. Das ist schon, wenn du das Spiel spielst, alles in die Länge ziehen, alles richtig prüfen lassen. Die machen so viele Fehler, die findest du auch bei mir in den Videos. Unglaublich. Mein Profi-Tipp. Easybell, ein Online-Faxdienst. Damit kannst du alles günstig, 4 Euro für 12 Monate, PDF-Dateien in Echtzeit und vor allem nachweissicher einreichen. Wir haben manchmal das Problem, dass wir etwas hinschicken müssen. Ja, schwierig. Ich habe die Situation auch, ich werfe was in den Briefkasten, es ist nicht da. Es ist so schwierig. Ich habe das gefilmt. Ich habe mich selber irgendwann gefilmt und dann wieder reingeworfen. Nee, es ist leider nicht im Haus. Ja, tut uns leid. Das Einzige, was man mir dann angeboten hat, als ich die Beweise hatte, weil man möchte jetzt auch keinen Skandal haben, dass ich das dann nochmal einreichen darf, obwohl die Frist abgelaufen war. Ja, ich sage heutzutage immer alles per E-Mail sowieso. Viele Behörden machen das schon mit. Und Online-Faxe. Total einfach. Ich habe auch keinen Drucker mehr. Einfach zack, da rein, Fax verschicken. Sehr, sehr, sehr gut. Nicht dorthin laufen, in den Briefkasten werfen, abgeben, abstempeln oder Sendeverfolgung über die Post. Es gibt so viele Probleme. Es gibt Ausreden, wie es war gar nicht ein Umschlag. Sie haben uns einen Umschlag geschickt, der war leer. Ja, geh sie vor Gericht. Weg mit dir. Stempeln ablassen. Ja, wir haben nur die erste Seite von ihnen gekriegt, nicht die anderen 20, die dahinter waren. Der Stempel ist doch nur auf der ersten Seite und da ist kein Vermerk. Sie haben hier irgendwas abgegeben, wo denn, bei wem denn? Uns liegt hier nichts vor. Sie haben was in den Briefkasten reingeworfen, wissen wir nichts von. Hier ist nichts eingegangen. Das sind die Ausreden, die kriegst du schriftlich. Ja, und dann darfst du gerne aufräumen, hinter denen. Jobcentermenschen arbeiten schlampig und finden es lustig, Unterlagen zu verlieren. Ich habe einen Beamten bei Gericht, das ist so sein kleiner Protest. Erst, Beamte können nicht so viel protestieren. Man sagt immer bei Polizisten, wenn die protestieren, dann machen sie die Straßen dicht sozusagen. Dann fahren sie auf Streife und dann untersuchen sie oder halten den Verkehr auf und nehmen sogar Leute nicht fest, aber untersuchen die, obwohl da nichts ist. Das ist so ein stiller Protest der Beamten. Die dürfen ja nicht protestieren gegen den Staat. Und ich kenne Beamte, ja, die lassen gerne auch mit Absicht ein bisschen Sand ins Getriebe werfen, so nennen die das. Ist jetzt bei Gericht, aber das gibt es auch in anderen Behörden. Das ist denen scheißegal. Der hat so eine Wut auf das ganze Beamtentum, auf die ganze Gesamtsituation, dass er gerne mal ein paar Briefe verschwinden lässt. Wie soll man ihm das denn nachweisen? Wenn du nicht nachweisen kannst, es abgegeben zu haben, lachen sie über dich. Das ist der Jobcenter-Menschen-Beamtenhumor. Herzlich willkommen im Kriegsgebiet. Hol dir ein Jobcenter-Buddy. Jobcenter-Buddy kennen sich besser als Jobcenter-Menschen aus und helfen dir effektiv. Egal was, ob es Rente ist, Sozialhilfe, ALG1, ALG2, wir sind da sehr gut und sehr erfahren. Mit uns zusammen, Gewinne, Gewinne, Gewinne. Hammergeil. Richtig gut. In meinen anderen Videos erfährst du, wie du sechs Monate Urlaub kriegst oder drei Jahre Urlaub. Ja, guck doch mal vorbei. Die ALSO in Oldenburg, habe ich erwähnt, Internetforen, ELO-Forum, Hartz-IV-Info und noch viele weitere Gute. Pauls Sprechstunde. Ich bin Paul, dass hier dieses Video ist in meiner Sprechstunde entstanden. Gerade jetzt habe ich keinen Zuschauer. Null. Aber wärst du vorbeigekommen, hättest du Fragen, würde ich sie dir beantworten. Nur so kommst du an dem Jobcenter-Menschen vorbei und zu deinem Recht. Du musst dir vorstellen, dein Recht ist zwar da, aber man hält dich auch davon fern. So spart man auch Geld. Naja, und hat auch mal wieder einige Putzfrauen oder Leute, die bei Zeitarbeitsfirmen arbeiten. Die braucht man ja auch. Richtig? Ich sage nein. Ich möchte starke, glückliche Menschen haben in dieser Gesellschaft. Und dafür stehe ich. Der Staat ist das größte Monster unserer Gesellschaft. Denn auf der einen Seite sagt er dir, hier, ich bin sozial. Und dein Freund, und auf mich kannst du dich verlassen. Und auf der anderen Seite hält er dich davon fern. Mit so ganz schmutzigen Tricks. Und du verstehst das gar nicht. Du fällst vom Glauben. Viel Spaß mit deiner Rente. Viel Spaß mit allem anderen, was du nicht kriegst. Bis du es merkst, hast du lange genug sehr gut im Hamsterrad mitgemacht. Und dem Staat es erlaubt, dich so und die ganze Gesellschaft behandeln zu lassen. Deswegen, meine Tipps. Befolge sie. Wühle in den Videos rum. Und schau nach. Denn es geht um dein Leben. Um deine Existenz. Und es geht auch ums Überleben. Bis bald. Bis bald. Bis bald. Bis bald.